Achtung! Wenn du einen dieser Punkte erfüllst, die ich dir gleich nennen werde, solltest du dich lieber nicht tätowieren lassen. Hi, ich bin Florian. Ich befinde mich im Outtark, das Tattoo-Studio am Schloss Charlottenburg in Berlin. Und wir kriegen immer wieder Anfragen von Kunden, die wir leider ablehnen müssen. Fuck. Wir kriegen immer wieder Anfragen von Kunden, die wir leider ablehnen müssen, weil sie einen der folgenden fünf Punkte erfüllen. Los geht's. Wie sagt man denn dazu? Was hilft mir das Wort dazu? Punkt Nummer eins. Schwangerschaft. Ähnlich wie das Rauchen und das Trinken während der Schwangerschaft ist auch das Tätowieren tabu. Aufgrund der Hormonumstellung kann keiner irgendwie sehen, was das Ganze mit deinem umgeborenen Baby macht, geschweige mit dir. Wir wissen für uns, sobald du im Prozess der Schwangerschaft drin bist, haben wir eine veränderte Wundheilung. Das Ganze kann länger dauern, das Ganze kann zu Problemen kommen. Scheiße, verquatscht. Das Ganze kann länger dauern, das Ganze kann auch zu Problemen führen, die wir alle natürlich nicht haben wollen. Du am wenigsten, wer möchte schon irgendwie mit einer Infektion oder mit einer bakteriellen Geschichte irgendwie während der Schwangerschaft zu tun haben. Tipp Nummer zwei. Nimmst du Blutverdünner, weil du vielleicht mit dem Herzen Probleme hast oder zu anderen Krankheiten neigst, ist es ganz wichtig, dass du uns darüber in Kenntnis setzt und auch mit deinem Arzt sprichst. Am besten ist es sogar, du lässt es dir schriftlich geben von deinem Arzt, sodass wir damit arbeiten können. In der Regel ist es so, aus unserer Erfahrung heraus, dass man, wenn man Blutverdünner nehmen sollte, fünf Tage vorher das Ganze beenden kann, um dann dementsprechend von uns tätowiert zu werden. Tipp Nummer drei. Hautkrankheiten. Leidest du eventuell an Neurodermitis, Herpes oder anderen Geschichten? Bitte, bitte, bitte sprich uns vor deinem Termin dazu an. Denn wenn du eine aktuelle Phase hast mit Herpes oder Neurodermitis, nur als Beispiel, können wir dich nicht tätowieren. Dein Immunsystem wird so runtergefahren durch den Eingriff in der Haut, dass es tatsächlich zu schuben kommen könnte und du danach eine enorme Schuppenflechte oder ähnliches davon tragen könntest. Also bitte, setz dich mit uns in Verbindung, dann klären wir alles Weitere. Ne, warte mal, scheiße. Tipp Nummer vier. Der allseits gehasste Sonnenbrand. Für uns ist das Ganze noch problematischer als für dich, denn wir können unsere Arbeit nicht zu Ende führen, wenn wir währenddessen feststellen, dass sich die erste Hautschicht, sprich diese schöne braune, diese Farbe, die wir alle lieben, einfach während des ganzen Tätowierens von der Haut lösen und wegschieben. Ganz besonders schlimm ist es, wenn wir die Blaupause, den Stencil da drauf haben und das Motiv nicht zu Ende stechen können. Wenn wir allerdings vorher schon sehen und die Info von euch bekommen, wenn ihr hier zum Termin erscheint, dass ihr eine völlig überrötete Haut habt, dann wird der Termin gar nicht erst zustande kommen. Das bedeutet, wir schicken euch wieder nach Hause und möchten euch gegebenenfalls drei, vier Wochen später noch einmal hier im Laden sehen, um dann den Termin nachzuholen, um dann bestmöglich zum Ergebnis zu kommen. Der nächste Punkt. Tätowieren ab... Ne, warte mal, jetzt hab ich kurz mit dem Mund so komisch gehabt. Der nächste Punkt. Tätowieren und Mindestalter. Gerade hier bei uns eine sehr interessante Frage, da ich persönlich ein großer Fan davon bin, Tätowieren erst ab 25 anzubieten, weil man dann erst von einer gewissen Reife sprechen kann. Wir alle kennen es, wir wollen mit 18 und am liebsten sogar schon mit 16 oder 14 rebellieren. Das Ganze bringt leider Ergebnisse ans Tageslicht, die du später vielleicht dann mit 21, 22, auf jeden Fall mit 25 bereuen wirst. Um der ganzen Geschichte gar keinen Boden zu geben und sogar aus dem Weg zu gehen, dafür bewirrte ich Tattoos ab 25, damit man nicht irgendwie mit einem Hype oder mit einem Trend mitläuft, was gerade die ganzen Mädels oder die Jungs drumherum alle umsetzen. Reife, ein gemisses Maß. Fuck, jetzt hab ich mich verkratscht. Gemisses Maß. Und trotzdem kommt es natürlich vor, dass wir Personen auch unter 25 tätowieren, wenn wir im 1 zu 1 Gespräch feststellen, dass die Personen, egal ob er oder sie, schon eine gewisse Reife haben, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Oder wenn wir merken, es ist ganz wichtig für die Person für eine Verarbeitung von einem Vorfall oder jeder trägt ja so seine eigene Geschichte mit sich rum. Also wenn wir feststellen, das Ganze funktioniert und ist tragbar für uns, weil wir mit einer gewissen Verantwortung und Moral einfach an die Geschichte herangehen, kann es auch dazu kommen, dass wir unter 25 tätowieren. Der nächste Punkt. Trends. Ganz, ganz wichtig. Bitte springe nicht auf irgendwelche Züge auf, weil es jetzt momentan in ist. Bedenke einfach, das Motiv muss dich für dein Leben lang begleiten. Vielleicht kennst du das noch, vielleicht kannst du dich erinnern. Das klassische Arschgeweih, die Discopalme und was es da nicht alles für tolle Namen gab. Oder auch die Sterne hinterm Ohr. Das Ganze sind natürlich so ein paar Beispiele, die bis heute immer noch... Na, warte... Dann machst du... Überlege dir also gut, ob du auf den Zug mit aufspringen möchtest oder ob du dir doch lieber Gedanken machst, was dein eigenes Motiv angeht, womit du dein Leben lang rumlaufen möchtest. Hast du dir schon mal ein Tattoo stechen lassen, was du heute vielleicht bereust? Schreibe es gerne in die Kommentarzeile. Wir sehen uns bestimmt im nächsten Video oder hier im Autark am Schloss Charlottenburg in Berlin. Ciao! Ciao!